Magor ist verzweifelt. Der große Zauberwettbewerb steht kurz bevor und ein frecher Rabe stibitzt immer wieder seine Zauberkarten. Die magische Welt von Magors Lesezauber macht Kindern Lust aufs Lesenlernen. Um dem Zauberer zu helfen, müssen die Spieler zuerst den Raben fangen und erhalten so eine Aufgabenkarte. Mit Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen lernen die Kinder Schritt für Schritt das Lesen. Am Anfang steht das Laute hören und Buchstaben kennenlernen. Pferd fängt mit Pf an. Buchstabenkenner dürfen schon ganze Wörter aus den Buchstabenkärtchen zaubern. In diesem Teil des Schrankes ist meine Sammlung mit Zauberfläschchen. Oh je, die Zutaten sind aber ganz schön durcheinander geraten. Und Leseexperten üben schon ganze Sätze zu verstehen. Zum Zaubern ich heut kaum noch tauge. Was reibt sich denn nochmal auf Lauge? Augen. Tipptoy Magors Lesezauber ist ein magisches Lernspiel für alle, die Leseprofis werden wollen.